Hallo Leute, wir zeigen euch ein Sabbatrick. Ich zerreiße jetzt das Blatt und noch einmal und noch einmal. Aber ich zeige euch, wie das Blatt trotzdem heilig geblieben ist. Wie funktioniert dieses Trick? Wir brauchen dafür zwei Blätter und Kleber. Los geht's! Wir knicken erstmal das Blatt viermal und kleben es gerade in die Ecke. Auf die Rückseite. Eine Seite zertet. Und dann zerreißen wir das Blatt. Falten wir das dahinter gekleppte Blatt wieder auf und zeigen es dem Zuschauer. Das war unser Trick. Bis zum nächsten Mal. Was ist dein Fußball? Untertitelung des ZDF, 2020